Hallo meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen am letzten Tag dieses Jahres. Es ist so, dass wir schon seit Jahren predigen und verkünden, dass der Herr kommt. Und jeden Tag schauen wir zum Himmel und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts und da kommen die Spötter und sagen, siehst du, schon so lange predigst du, dass der Herr kommt und es passiert überhaupt nichts. Doch eines denkt auch der Spötter nicht, dass es kann sein, dass Gott uns noch einen Tag schenkt, um jemand noch die Errettung zu ermöglichen. Wenn wir Offenbarung lesen, dass Gott einem ganzen Volk in einem Tag einen neuen Herz geben kann, dann könnte man sich fragen, wieso gibt er uns nicht einen neuen Herz? Dass alles zackzack geht. Es ist halt so, ich denke, Gott hat seinen Geist uns gegeben und der Geist spricht zu uns. Das, was Gott mit Israel vorhat, ist eines. Und das auch, dass Glauben ein Geschenk ist, ist etwas anderes. Aber grundsätzlich ist es so, dass es kann sein, dass ich noch einen Tag brauche, um wirklich dabei zu sein. Und auch die Spötter denken nicht daran. Die sehen nur, es ist noch nicht vollbracht. Du redest, du redest, du redest. Noah hat auch viel geredet. Er hat gepredigt, 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 gepredigt und es ist nichts passiert. Aber irgendwann, irgendwann kam dieses Zeitpunkt, wo die Flut kam und da gab es keine Errettung mehr. Und viele denken nicht, vielleicht bin ich, für was Gott noch einen Tag zugelassen hat, dass ich dabei bin, weil er möchte, dass ich errettet bin. Meine Lieben, wenn ich jetzt Israel betrachte, ich habe gestern aus Israel gehört, die haben an Weihnachten auf der Tempelberg das Menorah angezündet. Israel fängt immer mehr großes Anspruch auf das Tempelberg zu haben und die wollen die Opfergaben einführen, die wollen den Tempel aufbauen und die wollen eigentlich die Erfüllung von Daniel neu. Und das, das alles ist immer für uns ein Zeichen, dass unsere Zeit als Leib des Herrn hier bald zu Ende geht. Als Jesus geboren worden ist, war ein Zeichen im Himmel. Aber nur drei Weisen und manche Übersetzer sagen Wahrsager, komisch, Wahrsager. Die Heiden waren, die haben das erkannt und sind gekommen, ihn anzubeten. Aber es waren nur drei, meine Leute, es sind die wenigsten, die wirklich betrachten die Zeichen der Zeit. Wir klagen wegen der Impfung, wegen das und jenes, wegen das, was hier abläuft. Aber viele wollen nicht sehen, dass die Zeichen der Zeit die Erfüllung des prophetischen Wortes sind und auch die Erfüllung, dass Jesus bald kommt. Ich möchte heute das Losungswort von heute lesen und zwar, es ist auf Psalm 6, Vers 10. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Und aus Johannes 16, Vers 24, bittet, so werdet ihr empfangen, auf das eure Freude vollkommen sei. Wenn Gott mein Herr ist, wenn Jesus Christus der Haupt ist, wenn ich ein Glied in seinem Leib bin, dann muss ich es wissen. Nicht glauben, sondern wissen. Denn wissen ist mehr als glauben. Wenn ich an Gott glaube, ist es eine Allgemeinheit. Aber wenn ich weiß, es gibt der Gott, der mich liebt, dann ist es eine klare Sache. Wissen, dass Gott mich liebt, dass ich im Glauben mit Jesus gestorben bin, dass ich mit Jesus auferstanden bin, das Wissen und nicht nur das Glauben. Paulus sagt, durch den Glauben. Aber er meint, dieses Glauben, das Art des Wissens, der, ich bin überzeugt davon. Glauben kann auch zweifelhaft sein. Ist es richtig oder ist es nicht richtig? Aber wissen, wenn ich was weiß. Wenn ich weiß, dass mein Becher jetzt runtergefallen ist und zerbrochen ist, das kann mir niemand wegnehmen. Und wenn ich weiß, dass Gott mein Schöpfer ist, dass Gott mein Retter ist, wenn ich weiß, es ist dann mehr als es geht über den Glauben hinaus. Ich weiß, dass er mich entrücken wird. Es ist nicht nur ein Glauben, es könnte sein. Sondern ich weiß es. Ich bin überzeugt davon. Und diese Überzeugung kann mir niemand wegnehmen. Auch nicht die viele Später mit Daumen runter, mit Kommentaren. Oh, wo ist denn dein Gott? Wo ist die Erfüllung dieser Prophezeiung? Es kommt doch gar nicht. Es wird doch gar nicht. Ich weiß es aber. Und dieses Wissen, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit Christus auch lebe, kann mir niemand wegnehmen. Auch wenn ich falle, dann stehe ich auf. Denn der Herr hält meine Hand. Der Herr hört mein Flehen. Wenn David sagt, der Herr hört mein Flehen, dann weiß er das. Und er glaubt es nicht nur, sondern er ist überzeugt davon. Und so können wir auch überzeugt sein, wenn wir beten, Herr, komme bald, dass dieses Gebet nicht irgendwie im Universum verschwindet, nicht irgendwo in der Mülleimer landet, sondern es landet in den Ohren meines Gottes, der mich über alles liebt, dessen Sohn ich bin in Christus, Jesus. Er hört mir zu. Mein Gebet nimmt der Herr an. Das ist eine Aussage, der einer Tatsache entspricht. Ich weiß es. Ich bin der feste Überzeugung, dass mein Gebet wird von meinem Gott erhört. Er nimmt es an. Er schmeißt es nicht weg. Er ignoriert es nicht. Er schmeißt es nicht irgendwo in den Mulleim und sagt, oh, der Kleine, Laszlo, der, der schon wieder. Ja, nein. Gott gibt Wert auf meinem Gebet. Auch wenn ich, wie in Römer 8 geschrieben ist, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und da ertappe ich mich oft. Herr, ich weiß nicht, was ich verlangen soll. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Herr, helft mir. Helft mir. Ich weiß es nicht. Und Jesus sagt, wittet, so werdet ihr empfangen. Es ist eine klare Aussage. Glaubt dran. Macht es euch gewiss. Denn, wenn ihr bietet, werdet ihr auch empfangen. Und dann kommt, auf das eure Freude vollkommen sei. Unser Wunsch ist, schon lange, dass wir aus dieser gottlosen Welt, meiner Lieben, wenn ich merke, dass in der Welt alles, was geschieht, entweder auf Geld ausgerichtet ist, reich zu werden, wenn ich meinen vier Vermieter sehe, ihm ist egal, der hat immer Ausreden für alles, dass die Heizung vier Wochen nicht geht, ist dem egal. Er hat immer eine Ausrede. Und er bestimmt über dich, er will bestimmen über dich, aber denkt nicht, dass Gott wird über ihn bestimmen. und was bringt mir vor Gericht zu gehen? Was bringt mir mit ihm zu streiten? Ich leide lieber diese Kälte, aber eins weiß ich, dass Gott wird ihm zu leiden werden. Denn mein Recht ist in Gottes Hand. und wenn ich sehe, dass zum Beispiel der Jobcenter im Sozialbereich alles streicht und dir gerade ein Minimum gibt, dann sage ich, Herr, du weißt es und du wirst mich auch leiten, egal, wie schwer es ist. und ich bin dankbar für die Geschwister, die dazu gehört haben. Denn das war ein Gebet in Gottes Ohr, dass er Geschwister dafür gegeben hat, doch eine Unterstützung zu machen. Aber was bringt mir, mich mit denen zu streiten? Denn die haben immer Recht. Die haben, egal, wie du machst, die haben immer Recht, aber nur auf der menschlichen Ebene. Und Gott, Gott wird schon richtig. Und das wird bald sein. Und wisst ihr, meine Freude soll vollkommen sein. Und meine Freude ist vollkommen, wenn ich mit meinem Herrn im Himmel vereint bin, dann ist es meine Freude vollkommen. Und das ist mein Gebet. Herr, hol mich nach Hause. In der Fäße sagt Paulus deutlich, unsere Heimat ist oben beim Vater, beim Vater, der Gott, der ewig ist. Bei ihm ist unsere Heimat, da ist unser Herr und Heiland, unser Erretter, Gott, unser Erretter. und deswegen ist mein Gebet erhört und ich weiß, auch wenn es vielleicht noch einen Morgen gibt, das hat einen Grund. Und natürlich, wir predigen vor Jahren her, es kommt und es ist noch nicht gekommen, aber es hat einen Grund und diesen Grund, vor dem beuge ich mich, denn es ist der Wille des Vaters, um vielleicht dich oder mich noch dazu zu bringen, verrettet zu werden, gereinigt zu werden, durch den Feuer noch zu bringen, um, dass du dabei bist. Und das ist eine große Gnade, was wir oft in unser Ungeduld nicht verstehen wollen oder können. Es ist eine Gnade. Meine Lieben, es ist so, dass die Zeit, die kommt, es wird eine Zeit der Verführung sein. Und diese Verführung wird gewaltig sein, genau weil es aus Zeichen und Wunder besteht. Nachdem Gott Adam geschaffen hat, sehen wir, dass jeder Mensch einen Glauben gesucht hat. An irgendwas muss er sich festhalten. Ein Mensch ohne einen Glauben ist kein Mensch. Der eine glaubt an sich, er ist selbst Gott. Es ist auch eine Religion, es ist auch eine Glaubenslinie. die anderen machen sich Statuen, der eine Baal, der andere Butha, der andere Shicha, jeder irgendwo in seiner Art. Die eine Maria, die andere Engel, der eine Gabriel, der andere Michael, der andere weiß nicht wem. Und jeder sucht sich einen Gott, an dem er sich festhalten soll. Der Mensch ist immer abhängig von einer Glaubens Grundlage. Und genau da ist der Punkt, weil der Antichrist, der Teufel, weiß genau, dass der Mensch ein Glauben braucht. Und meine Lieben, die große Verführung ist nicht nur für die Christenheit, da täuschen wir uns, sondern die große Verführung ist für die ganze Welt, was der Antichrist in einer Glaubenslinie bringen möchte, und zwar an ihn zu glauben. Und da hinten besteht auch die Möglichkeit dieser Gedanke, dass der Teufel damit bewirken will, zu zeigen, ich habe die Welt zu glauben an mich bewirkt. Aber du Gott hast du das nicht machen können. Denn aus der ganzen Welt sind nur wenige, die an Gott glauben, die wirklich an Gott glauben, die ganz ehrlich mit ganzer Hingabe an Gott glauben, weil Jesus sagt, Jesus wollte auch gehen, die Zwölf, die letzten Zwölf, alle andere sind weg. Paulus sagt, ganz Asien hat mir den Rücken runter dreht und die Bibel sagt oft wenige. Aber diese wenige sind Gott sei Dank Leute wie du und ich abfangen nicht zu gebrauchen. Krüppel, Leute, die sich nicht rühmen können. Der Teufel bringt zu sich Leute, die sich dann rühmen können mit etwas. Ich kann mich nur mit Gnade Gottes rühmen und mit mir überhaupt nicht. Über auch nicht. Und ich bin so dankbar, dass der Herr mich in seiner Liebe zu sich gezogen hat, in Christus Jesus zu sich gezogen. Und genau das macht der Antichrist, der verführt die ganze Welt durch sein Wunder, durch seine Macht, um ihn anzubeten und und andere Götter fallen weg. Wenn jetzt einer noch ein Buddha hat, das ist doch kein Problem, wenn du mich auch noch anbetest. Wenn aber einer in der 70. Jahrwoche an Gott und Jesus Christus glauben wird, der wird geköpft. Das ist die einzige Linie, die nicht geduldet wird von den Antichristen. Ja, und viele glauben wirklich, dass der Antichrist ein Muslimer ist. Eins wissen wir, dass Israel wird nie einen muslimischen Gott oder Messias anbeten können. Nie. Und Johannes sagt deutlich diesen aus unseren Reihen, das heißt christlicher Hintergrund. Aber keine Begehrung. Wir sehen das bei Judas. Jesus sagt selbst zwölf, aber der eine ist der Teutel selbst. Denn Judas hatte keine Begehrung gefunden. Judas war von denen zwölf, aber er war der, der verleugnet hat, der ihn verkauft hat. Und genau so wird der Antichrist auch aus dem reinen Christenheit sein, der das Christentum verleugnet. Trump ist ein Christ? Weiß er nicht. Aber ob Trump wirklich bestehen wird, weiß er auch nicht. Mal sehen, was Januar, 6. Januar bringt, wenn wir da noch da sind. Meine Lieben, es ist nicht zu unterschätzen. Wenn so man den Papst mal anhört, glaubt man, wow, er spricht über Jesus Christus, er spricht über Liebe, aber wenn man tiefer geht, merkt man, dass er ein falsches Christus redigt, eine falsche Liebe, eine falsche Liebe. Es sind auch viele Elias jetzt und viele Propheten, die schon irgendwie ein Amt oder sowas haben, die ich nicht biblisch einordnen kann. Und wenn ich was biblisch nicht einordnen kann, kann es auch nicht gut sein. Deswegen sollen wir alles prüfen und sollen wir richtig hinschauen und sollen wir uns nicht mitreißen lassen. Meine Lieben, ich weiß nicht wie viel Tage es sind, viel aber nicht. Denn wenn schon der Tempel gebaut werden sein soll und wisst ihr, ich glaube einfach an der Tatsache, dass wahrscheinlich Trump nicht unbedingt zu Macht kommt. Dass dann Chaos entsteht und wenn in Amerika Chaos entsteht, wird das auch weltweit sein. Und Israel wird dann auf sich selbst gesetzt werden und da wird Türkei, Iran, Irak, sagen wir so, den Mut haben, auch sie anzugreifen. Weiß ich nicht, vielleicht sehe ich falsch. Aber in jedem Fall, derjenige, der kommen soll, aus dem Meer, wird sich auf christlichen Basis aufbauen, er wird große Wunder zeigen, aber er wird nicht von Gott, sondern wirklich von Teufel sein. Meine Lieben, heute ist der letzte Tag von 2020. Was 2021 bringt, wissen wir nicht, aber wir brauchen uns keine Angst haben. Ich muss ganz ehrlich sein, es ist ein sehr lieber Bruder, der mir sehr viel geholfen hat, Briefe und so und ich habe ihm letztens gesagt, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr, denn mit diesen gottlosen Ämter, Mieter, egal, es bringt kein Austausch mehr einem wirklich einen Sinn. das Einzige, was ich möchte, lasst uns beten, Herr, höre unsere Gebete und komme bald, lass uns nach Hause gehen, denn hier in dieser Welt gibt nicht mal ein Stück Butterbrot, was uns zurückhalten könnte. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr, es gibt keine Wahrheit mehr, außer die Wahrheit, was wir noch in unserem Herzen tragen, der Geist Gottes, Jesus Christus, Gott der Vater. Meine Lieben, lass dich später lachen, denn ihr Lachen wird bald ausgehen. Lass die Leute Daumen runter zeigen, denn ihr Daumen wird gebrochen. Jesus Christus lebt, er hört uns zu und genau so merkt ihr diesen Psalm, der Herr hört mein Pflehen, eine Gewissheit, etwas, was mir niemand wegnehmen kann. Niemand kann es mir wegnehmen, dass der Herr mein Gebet, mein Pflehen, egal wie falsch, wie verkehrt, egal wie Rundrum ist, er hört es, auch wenn ich voll im Schlamm bin und ich weiß, ich habe noch paar Sekunden und ich gehe runter, auch dann weiß ich, mein Herr hört mein Gebet. Und wisst ihr, wenn ich Joshua sehe bei Zachariah, er ist mit schmutzigen Kleider vor dem Herrn gewesen. Und der Teufel verklagt ihm und der Herr sagt, gibt ihm neue Kleider, frische, saubere Kleider, denn wir gehören ihm allein und niemand kann uns was anhaben. Jesus Christus, unser Haupt, in dem wir Glieder sind, in seinem Lein, der wird uns nie enttäuschen. auch wenn wir ihn oft enttäuscht haben, Gott vergebe uns. Meine lieben Kopf hoch, seid alle herzlich umarmt und reich gesegnet im Namen unsern Herrn Jesus Christus. Jesus Leben